Die zwei verkrüppelten, sie haben hier so schon zwängert. Den hast du nicht fallen gelassen. Nee! Was ist das denn? Wo? Alter! Ich bin jetzt so hochgekommen. Stopp! Wir sind auch schon wieder zurück. Menschens Kinder geht das schnell hier an. Soll es das hochgehen, wenn ich das unten hochhebe? Das ist mein Faser. Ich bin jetzt ein bisschen so in der Augen. Guck mal, einfach davon einfach machen lassen. Wolltest du den Torwart spielen? Das ist das. Alter, ey. Verdammt, das wird nützt. Alter, du hast den Hündigdorgen gebraucht, ey. Oh! Ich hab dich mit meinem Silber-Beligungs-Zauber getötet. Jetzt gibt's wieder auf die Faser. Oh, du bist gut! Ich hab keinen Wunsch mit der Angst, die noch da hingefallen. Ja, ich muss rüßen. Wuhuhuhu! Ja! Oh, zieht du wohl schon aus. Die Gamer, live aus dem Studium Hohenorten. 13, 14, 15? Bam, bam. Bist du doppelt? So, wenn es aussieht wie bei Snake und ich fahr gegen eine Wand, weißt du, was los ist? Vielen Dank.